Ich rüber kam, das war eine Mehrheit und die Lautstärke. Das hat sich wirklich angehört wie so eine Produktionsanlage. Gut. Oh. So. Weißt du Lydia? Mit der Waffe brauche ich dich glaube gar nicht. Wo komme ich denn hier hin? Oh. Auf jeden Fall komme ich hier nicht weiter. Aber ich habe jemanden kennengelernt. Oh. Gut, jetzt bin ich einmal drauf gegangen, aber ich kann ja schnell speichern. Das ist ja schon ganz praktisch. Ähm. Lydia, du musst vorgehen. Du bist meine geliebte Kanonenfuttertante. Okay, wieder speichern und... So. So. Oh. Was ist denn Lydia? Achtung! Kriegst du den nicht hin hier? Also wirklich. Speichern. Ähm. Dann wird ein Schlag ja erledigt. So. 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 Ja, da bleibt er mal stehen. Gut, da lässt sich leichter kämpfen, wenn er stehen bleibt. So. Alles mitnehmen und speichern. Bevor es viel wiederkommt. Boah, ist das eine Musik hier. Da muss man ja brüllen. Gut. So, die Musik hat aufgehört. Aber das ist sowieso in dieser Hülle, ist das, oder in diesem Berg, ist das eine Geräuschkulisse. Oh. Gut, da ich gespeichert habe. So, ich habe mal bei Skyline mal kurz die Musik etwas runtergedreht. Ähm. Ähm. Da kommt die Erde von mir, ja. Ja, ich werde ihn jetzt mal regenerieren, bevor ich da wieder rangehe. Und heilen. Es gibt bestimmt nicht nur den einen Weg. Es gibt bestimmt auch noch einen anderen Weg. Ah, das war eine Falle. Ach so. Die werden nicht aufgetaucht normalerweise. Also. Dankeschön, Lydia, dass du mir geholfen hast. Du bist mir eine große Hilfe. Ähm. Wo geht's denn lang? Definitiv hier. Ähm. Hebel aktivieren. Ich habe aber lange Arme, muss ich ehrlich sagen. Komm, das ist anderthalb Meter weit entfernt dran. Mit dem Arm. Die weiß noch nicht von ihrem Glück. Dass die mal so stöhnen muss dabei. Ähm. Eine Kiste. Okay. Brauche ich die jetzt, oder? Gut, ich brauche die. Wenn die sich so leicht öffnen, ist das für mich ein Rubin. Hey, aufpassen! Ja, ich passe doch schon auf. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ach, da runter. Also von Sicherheit ist hier auch nicht die Sprache. Jeder Betrunkene wird hier runterfallen. So. Die Eier kann man hoch sammeln. Okay. Ach, Lydia macht schon. Okay, falsche Seite. Mal so. Gut. Gut. Okay, der hat mich ja fast erwischt. Geht gerade nicht, weil ich hier kämpfe. Ich stehe auf eurer Seite. Ja, sorry. Wenn du mir im Weg stehst. Ähm. Heilung. Gott, das sieht aus, als ob ich ein Engel wäre. Das bin ich aber nicht. So, der Rest kann von alleine heilen. Jetzt muss erstmal die Katze reingelassen werden. Um an dieses Buch ran zu kommen, ist das eine echte Qual. Aber eigentlich bin ich total auf der falschen Fährduhr. Wozu die eine? Aber ich muss quasi hier lang. Es gibt ja keinen anderen Milch. So. Oder? Gibt es denn noch einen anderen Weg? Okay, das ist ein Experten-Schloss. Da bin ich ja lange noch nicht. Wer weiß, was Bionalo geskillt hat hier. Ja, ich merke schon. Deswegen lasse ich das mal hier. Ja, ich kann es nur dürfen, wenn ich es nicht skillt. Dann wird es jetzt noch nichts mehr auf. Okay, ich muss auf jeden Fall in die Richtung. Ähm. Ähm. Ja, da ist mir